Draft Nummer 14, zwei Donrass Blaster im unterhaltsamen Draft-Verfahren. Wir müssen eine Reihenfolge auswählen. Wir haben Daniel, Fabienne, Corey und Carl. Wir wählen insgesamt, wir rufen insgesamt neun Mal. Wir tun das genau jetzt. Hier rechts gehört Donrassel. Neun Mal, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal. Und das neunte Mal bringt hervor, Carl als Sieger, Daniel als zweiten, Fabienne als dritte und Corey als vierte. Dann legt bitte los. Carl, du hast die erste Wahl aus den Mannschaften rechts. Der Sieger, weil es sind 29 Mannschaften, glaube ich. Der Sieger hat irgendwie acht Teams und die anderen haben jeweils sieben Teams. Und, ja. Carl nimmt, ah, so, BVB, Carl. Ups, Carl. So. Daniel. Brian, für den Daniel. Daniel. Ah, ja. Für den Verkenn. war wieder dran schlacke schlacke we see from down here in part of the quarry Boca kann, boca, 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 boca kann. Daniel, Lazio, Yen. 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 Icar. Icar. Icaro, Yen. 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 welches moskau spartag moskau oder zska moskau spartag oder zska okay dann ist dann bleibt noch einmal kori und einer karl genau und der erste also karl hat eine mannschaft mehr als die anderen weiter zahlen ist ja und dann hat logischerweise der karl klub amerika sagt sagt zwei boxen donnas blaster lustig die mannschaften gedraht die mannschaften bild und wir suchen autogramme in den donnas blaster viel glück einem heilig und danke fürs mitmachen und möge der autogramm gott mit euch sein möge der autogramm gott mit euch sein guardado einkaufen das hier zähne große real wo so hinter und insert ist ein parallel lila guardado einkaufen lieber noch die bayern pudels die gala und kaga war dortmund was eigentlich mit dem spielte noch ist er verletzt was mit dem so kann der riva lazio dummars olimpiakos diego alves valencia sud eintrofen und in service gut hier ist komisch mensch für sporting sie dessen ajax tosic cbs k und firma für schalke dann spartag die olympiakos patricio sporting slatter am psg base card dann wieder teo gut hier ist aber diesmal in kürbel perle von sporting mit italien borussia dortmund montolivu milan und aktive von zb sk a dann funktioniert ramos real alles andere marseille und ein dominator in grün alle grün kassier in valencia hängt und steve mandor mandor marseille alves barcelona da c luiz spartag kardolipiakos valencia also die autogrammjagd war erfolgreich weil für schlacke ist nämlich gerade ein autogramm aufgetaucht benedikt höwedes karl herzlichen glückwunsch benedikt höwedes autogramm und also man kann offensichtlich das ist der beweis dafür autogramme in den donnas blaster ziehen die ja nun wirklich nicht sehr teuer wird aber die sind natürlich relativ selten ich meine das passiert jetzt echt nicht so oft aber es passiert und benedikt höwedes ist mit sicherheit nicht das schlechteste was man erzielen kann glückwunsch glückwunsch für sie daran geht es noch weiter mit ein lila rookie bernadeschi florenz muss lehrer berg panathinaikos kommen darauf die baller du ventus da noch eine goldene patrice wieder unter palacios maria silva gara und holopetric bannotelli sage und turan perisic buchetti buchetti kambiasso donnas debuts für luciano vieto atletico und noch ein goldener euro hinterher corona porto götze und walter damals klinik klushakow dominguez und jakobin nieder marco royce und robben der fahrs und sporting berat die psg dann ist sie nicht pp real real madrid cristiano ronaldo geist bentoncourt und ist ja jetzt melo inter kello fiorentina das war die erste blaster der zweite blaster von zugleich gut 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 haben damit hinter bilia lazio roberto olympiakos alcazia valencia und holo für tasse lager aus panathinaikos schneider galatasaray amerika und griffman van ginkl topus halario ginkl tröpper laschkowski berlanta ikardi fortunes in mila für olympiakos gago bocker backer hat für milan und die latio fortunes olympiakos valencia der valanta über plate beste schneider accomplishments galatasaray marseille sabi alonso bayern und bulut galatasaray die jong einrufen jose von florenz dominguez olympiakos guttiere sporting und ein lila rucki kater bei der bei den jahr von latio kater bei den jahr von latio lina dann noch andrade mit juli islam marseille guardado garcia groß und dann production line production ein fortunes und picture perfekt musa von csk sanchez panadinaikos brahimi porto tvs rocker rozovich inter kandreva latio dumas olympiakos alves valencia und dann mila danilo katal die nation romagnoli mina milik ajax und moskau sud eintrugen top of moskau idee olympiakos donnas debuts und janu die donnarumma super zenith und rakitic suk und müller rui patricius sporting ibrahimovic ramos real und michael lang von basel in holo dinan kapadopoulos und feldmann alessandrini luis pardo parejo und christian tello von fiorentina im gold bianasson mascherano und piscic nabas berg kommt darauf die baller und die kardin von inter gasi erimenko und piqué ja das war's für break 14 h also die ersten beiden boxen mit dem highlight wenn ihr benedikt rüber des autogramm glückwunsch karl zirn zirn